Der Mann in der Radlerrüstung kennt sich hier bestens aus. Er ist regelmäßig am Start. Vollschutz ist Pflicht, denn sein wichtigstes Arbeitsgerät ist nicht das Bike, sondern seine Hände und Finger. Vicente Patis, 42 Jahre, gebürtiger Johann Georgenstädter, Musiker, Gitarrist und zwar kein Schlechter. Einer, der Abenteuerlust und Übermut, Sanftheit und Humor auf herrliche Weise verbindet und lebt. Er nimmt sehr ernst, was er tut, sich selbst aber gern auch mal auf die Schippe. Über seinen etwas eigenartigen Fingernagelfetisch muss er selbst lachen, wenn man ihn fragt, was das eigentlich soll. Ganz einfach, also für Gartenarbeit, klar, ist es ganz wichtig, Erdwände umdopfen bei gefrorenem Boden, super. Aber beim Gitarrenspielen ist es auch wichtig, weil ich das Griffbrett als percussives Element mit nutze, also bei diesen ganzen. Da würden wahrscheinlich normale Nägel wegfliegen. Vicente Patis ist ein Künstlername. Eigentlich heißt er Jörg Partitz, aber das würde nicht widerspiegeln, was seine Musik und seine Art zu leben ausmachen. Er ist Jäger und Sammler für Gitarren, Erfahrungen und Anregungen. Vicente ist Autodidakt, war nie auf einer Musikhochschule. Erst mit 18 Jahren hat er die erste Gitarre in den Händen gehalten. Heute ist er ein international gefragter Gitarrist für die verschiedensten Stile und Musikrichtungen. Wenn er auf Konzertreisen unterwegs ist, bringt er sich Erinnerungsstücke mit nach Hause. Er findet, dass die sich gut machen in seinem kleinen Erzgebirgshaus, das er gerade ausbaut. Das ist ein altes Dachziegel aus einem französischen Kloster. Und ich finde das eigentlich sehr charmant, wie so eine kleine Lampe für so eine interrechte Beleuchtung. Für Auftritte probte er am liebsten ganz allein in seinem Häuschen, das einst die Wismuth für ihre Bergarbeiter errichten ließ. 80 Konzerte gibt Vicente im Jahr. Mehr als die Hälfte davon im Ausland. Auf Kuba, in Andalusien, sogar in Laos, wo er Kindern in einem kleinen Bergdorf Gitarrenunterricht gegeben hat. Ich mag das, aus den Orten und Ländern, die ich so bereise, so Sachen mit nach Hause zu nehmen. Das sind immer irgendwo auch so kleine Geschichten, die dann halt allgegenwärtig sind. Und in meiner Musik ist es auch so, dass ich natürlich verschiedene Musiktraditionen so ein bisschen zusammenbringe, aber gar nicht so sehr puristisch. Also ich finde das gut, einfach so aus allen Bereichen, die mich so interessieren, so ganz kleine Häppchen herauszupicken und die dann mit meinem Stil, mit meiner Musik zu vermischen. Und so ist das im weitesten Sinne halt einfach bunt. Vermutlich könnte Vicente überall auf der Welt leben, will er aber nicht. Die Erzgebirgsheimlichkeit, egal zu welcher Jahreszeit, sie würde ihm fehlen. Ja, diese Schwinde hat mein Papa gemacht. Und ich mag dieses Ambiente, wenn es so ein bisschen gemütlich ist und schon weil es der Papa ist, könnte es natürlich auch im Sommer angemacht werden. Nirgendwo auf der Welt habe man alles so gut beisammen wie hier im Erzgebirge, sagt er. Und wenn mal was fehlt, wird nicht gemeckert, sondern angepackt. Ich brauche nicht immer Kuba und auch nicht immer irgendwo Laos, sondern ich nehme das sehr gerne mit. Und das habe ich dann für einen bestimmten Moment, finde das ganz, ganz super. Und mich zieht es aber immer wieder hierher, ist ganz klar. Ich habe meine Freunde, meine Familie und das ist für mich die totale Heimat hier. Mitten in der Natur sein, das war schon immer so ein Träumchen von mir. Ich fand das klasse. Also gleich hat der umliegende Wald und auch so ein wildromantischer Garten, wo einfach mal Unkraut auch Unkraut sein kann und sich irgendwo noch die Vögel wohlfühlen. Und wir haben schon Rehe im Garten gehabt und Insekten natürlich im Sommer. Die Bäume, die können ja loslegen. Die Äppelbäume, die haben zwar die krummsten Äppel, aber sind halt einfach ergiebig. Und wahrscheinlich fühlen die sich ganz wohl mit uns. Vicente lebt im Trend. Denn anders als in den letzten 20, 30 Jahren, als viele junge Leute das Erzgebirge verlassen haben, gibt es inzwischen wieder Heimkehrer. Sie wollen naturnah, dörflich leben. Und das geht hier gut. Es gibt nicht viele Auftritte von Vicente in seiner Heimat. Hier bei den Stützen grüner Musiktagen ist er zum ersten Mal. Und es passiert, was er sich insgeheim wünscht. Dass sich alt und jung Weltläufigkeit und Traditionelles vermischen und miteinander harmonieren. Das Motto in meinen Konzerten ist ja so ein bisschen, die Welt ins Konzert zu bringen. Und das funktioniert hier in meinem geliebten Erzgebirge wunderbar. Die Menschen hier sind sehr offen, auch wenn man es vielleicht gar nicht immer gleich vermuten möchte. Aber dadurch, dass ich natürlich sehr positive Erlebnisse von meinen Reisen berichten kann, ist natürlich klar, der Aufmerksamkeit feedbackt einfach darauf, dass die Menschen, die halt auch von überall her kommen, halt einfach cool sind. Vicente ist bei seinen Konzerten wie ein Dompteur für die verschiedensten Instrumente. Nagelfeilen, mehrere Gitarren, Flöten, ein australisches Didgeridoo verbindet er zu einem Klangteppich. Er verwebt das alles so kunstvoll, dass es wirkt, als würde auf der Bühne ein ganzes Orchester stehen. Die Geschichten, die Vicente zwischendurch, durcherzählt, sind seine wahren Schätze. Vielleicht, sagt er, erreichen sie die Herzen seiner erzgebirgischen Landsleute, die in Sachen Weltoffenheit gern etwas offensiver sein können. Wir haben den europäischen Weltmeisterfußball nach Laos ins Dorf gebracht. Wir haben gegen die kleinen Knirps gespielt und hatten keine Chance. Und dann habe ich so einen kleinen Knirps, der dann mir vorher drei Tore reingehauen hat, so einen Fußball geschenkt. Und jetzt steht dieser kleine Knirps vor mir mit seinen riesigen Kohlerhaugen, so dunklen Kohlerhaugen. Und er hängt es mir schon an und vorfreut auf diesen Ball. Und dann folgt der komplette Mundwinkel. Der geht bis ein, das Ohr. Wahnsinn. Mir ist so dermaßen das Herz aufgegangen, dass ich mir dachte, den Moment muss ich mit nach Hause nehmen. Daraus ist dieser Song geworden. Selbst geschrieben, wie alle seine Stücke. Selbst eingespielt und auf CD gepresst. YouTube braucht er nicht. Agenten auch nicht. Er ist ein Ein-Mann-Orchester mit einer Botschaft, die dem Erzgebirge ganz gut tut. Er ist ein Ein-Mann-Orchester mit einer Botschaft, die dem Erzgebirge ganz gut tut.